Wir haben uns ein Safari-Tent in Alpey-Shara gemietet. Für ein Freizeitparkwochenende war das die günstigste Alternative auf Booking.com. Von Freitag bis Sonntag hat uns das 216 Euro gekostet. Als wir angekommen sind, hat es leider geregnet. Doch als wir unsere Unterkunft gesehen haben und unser eigenes WC, dachten wir uns schon so, das wird interessant. Ich kann es jedem nur empfehlen, das war wirklich mal was anderes. Das ist das gute Stück. Es ist ein Zelthaus, Glamping genannt. Ich zeige euch mal von innen, wie das Ganze so aufgebaut ist. Man hat eine kleine Küche mit Kocher und Kühlschrank, Kaffeemaschine, Geschirr. Dann hat man zwei einzelne Schlafkammern, ein Doppelbett, ein Leuchtwürfel. Das fand ich super toll, die hätte ich am liebsten mitgenommen. Dann gibt es in der zweiten Kammer noch zwei Hochbetten für bis zu vier Personen. Eine kleine Essecke gibt es drinnen auch. Falls nicht so schönes Wetter ist, kann man drinnen Spiele machen oder Essen oder dergleichen. Licht gibt es natürlich auch. Da musste ich erstmal suchen. Dann sind hier drei Steckdosenverteiler. In den einzelnen Kammern sind auch nochmal Steckdosen gelegt, sodass man sein Handy laden kann oder dergleichen. Wir hatten eine Senseo Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, ein Gasherd mit vier Kochplatten. Alle möglichen Kochortensilien waren ebenfalls vorhanden über Kelle, Pfannenwänder, Dosenöffner, Korkenzieher, Schalen, Untersetzer, Nudelsieb. Der Kühlschrank hat kein Gefrierfach gehabt, das war uns aber egal. Hauptsache wir konnten Getränke kühlen. Töpfe, Pfannen, Tupperdosen, Teller, Gläser, Tassen. Alles da, was man braucht. Ebenso das Besteck. Mein großes Highlight war das WC. Jeder Gast, der einen Tent hat, hat eine eigene Toilette. Das ist eine große Kammer, durch zwei getrennt. Ein Außenwaschbecken mit heißem Wasser, das heißt man kann draußen auch heiß abwaschen. Finde ich super. Das WC war sehr sauber, sehr neuwertig. Eine Heizung ist ebenfalls vorhanden, falls es kühler ist. Sehr saubere Dusche. Alles wirklich neuwertig. Außen hat man auch nochmal eine Steckdose. Für was auch immer. Das war im Großen und Ganzen unsere Unterkunft für ein Wochenende. Es gibt auch noch einen schönen Spielplatz, der ist vorne am Eingang. Da haben Kinder bei schönem Wetter, was wir leider nicht hatten, wirklich ausgiebige Spielemöglichkeiten. Nebenan ist ein Lokal, wo man dann was trinken kann. Zum Park selber gehört auch noch ein Freibad, was man kostenlos nutzen kann. Wir haben das aufgrund des Wetters nicht genutzt. Und das war es auch schon mit unserem kleinen Einblick auf dem Campingplatz Al-Pel-Schar von unserem Safari-Tent.